Willkommen zum zweiten Versuch bei Mentor-Aufbereitung Ja, das war Nix Okay, das habe ich auch noch nicht geschafft, so von hinten Naja Ja, pfff, das war wohl ein Schuss im Open Tja Ich glaube den Anfang kann man gut meistern, das ist nicht schwer Man muss ja wie so ein Jojo durchdrehen Ja, komm, das war nichts, es füllt mich Ja, das war auch nichts Nicht Nein, das war nix Ach, ey Ja, grimmig, morg Nö, ich warte mal Ja, das geht gar nicht, f*** Okay Okay Na, habe ich nicht bekommen Gut Aber es ist auch wiederum sehr motivierend, ähm, Dinge machen zu können, die dann schaffen zu können in dem Spiel Was denn halt nicht so echt einfach anspornt, die 106% zu machen, überhaupt Ja, das war auch wieder richtig kacke Absolut Ja, und darum geht langsam echt mal nach einer Weise auf die Finger, ey Oh dann, wo die舒服 ein Geist ist, wer es geht Absolut Die these Die 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 Naja komm, irgendwie wollte ich die Challenge ja auch mal machen. Naja komm, irgendwie wollte ich die Challenge ja auch mal machen. Naja komm, irgendwie wollte ich die Challenge ja auch mal machen. Naja komm, irgendwie wollte ich von der Stachel getroffen. Okay. Kannst du es machen wollen wir noch? Okay. 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 So, come. 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 So, come.